Fährt man oder geht man auf der Straße zwischen Koblenz-Rübenach und Koblenz-Metternich, erscheint einem zunächst alles völlig normal. Da ist ein Hinweis auf einen Bahnübergang. Noch 240 Meter bis zum Bahnübergang. Noch 160 Meter bis zum Bahnübergang. Noch 80 Meter bis zum Bahnübergang. Ah, da ist der Bahnübergang. Andreas-Kreuz, Barke, aber da fehlt was. Wo sind hier die Gleise? Ein Bahnübergang ohne Gleise? Fliegen hier schon die Züge? Ein Blick nach rechts. Oh, hier gab es mal Gleise. Aber sie enden in der Wiese. Und auf der anderen Seite auch noch Gleise zu sehen. Sie enden im Gebüsch. Es ist schon etwas seltsam hier. Ich glaube, man sollte das Schild ändern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020